Ein Wagen kommt. Weiterverfolgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben uns nicht verletzelt. Wie ein Mann, ein Mann, weiß ich, dass wir uns verletzelt haben. Ich werde mich um 20. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Nordwesti von hier. Hab ihn. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Riechst du das, Gäß? Ja, Kamarov. Willkommen im neuen Russland, Käpt'n Preiss. Was ist das Ziel, Kamarov? Wir müssen einen Informanten ausholen. Die Internationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Vanya, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Chirlan, von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Dann alle Einheiten. Angriff sofort starten. So, schatten Sie die MG-Schütze an den Fenstern aus, damit Kamarovs-Männer das Gebäude stürmen können. Guter Schuss. Macmillan wäre beeindruckt. Scheiße! Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarov. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Hier rein! Machen Sie hin, Kamarov. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bannen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Noch nicht! Wir bekommen Gesellschafter. Futschrauberin, helden Sie schnell! Futschrauberin, helden Sie schnell! Futschrauberin, helden Sie schnell! weiterer Erd Holly und sie. Meine Männer treffen auf schwerem Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus! Und unser Informant? Wie läuft die Zeit davon? Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Ziele laut östlich. Feinde auf zwölf Uhr! Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und wir werden Sie sehen, Captain Price. Ich muss Sie. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Wer ist der? Das Haus. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht zu schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informant was passiert. Na dann, los! Die Ecke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020